Ich brauche mal kurz das Wasser hier weg So, zurück zu Minecraft, jetzt geht's ab in die Höhle Ah, okay, ich sehe deinen Namen Jetzt wird's nämlich langsam dunkel, das heißt wir verpissen uns in die Höhle und suchen nach Ressourcen Ja Nein Ich suche natürlich wieder instant nach Eisen, während Marco nach Kohle und anderen Sachen ausschuldet Ich bin so der Eisenjäger Nein, nein, Eisenjäger Hier oben ist ganz viel Zeug, das kann man alles später abbauen Hier ist nämlich Eisen Ah, Fackeln brauch ich noch Fackeln hast du aber auch, ne? Ja, ich hab ja Fackeln gemacht Ich baue mich jetzt nämlich einfach irgendwie zu dir durch Weißt du, wie ich da unten dein... Das ist Gold? Das ist Eisen, also ich baue es jetzt ab, sag ich mal Ne, ich hab das ja schon gemacht, aber... Ist das wirklich Eisen? Ist das viel Gold irgendwie? Jetzt bin ich hier irgendwie bei ganz viel Eisen-Sachen gelandet Ich bin fast über dir quasi Ich schätze, da fällt es irgendwo rein und stirbst es wieder Naja Da setze ich mir einen rechten Hoden drauf Ah ja, wir haben den ganzen XP sind ja auch wieder weg Ich weiße, der wird 20 oder so, ne? Mach dir keine Sorgen um das Geld Egal, was geht mit dem Wasser? Ich kann da gar nicht gegen an Jetzt bin ich hier, wo bist du jetzt? Bist du hingelaufen? Du warst hier irgendwo Ich bin nicht über dir, wo bist du hingelaufen? Ich weiß gar nicht, wo du bist Ah, ich bin über dir, hier bist du, okay Oh Junge Eigentlich müssen wir uns das hier markieren Schau ich mal die Sachen hier weg Ah, ich tu mal Fackeln und so Alter, bevor du was machst, mach ich mal hier Ja Ich brauche Essen und Fackeln Obwohl wir essen noch nicht Obwohl wir essen schon mal Also ganz kurz, lassen wir uns mal Ah, hier ist Gold Zack 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 Ah So Ich muss kurz was essen Okay, hier Ein die zum Sachen Oh Hast du das so gesagt? Ich brauche Sachen Fackeln Was haben sie da Fackeln gegeben? Ach da Oh 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 Na eigentlich bin ich irgendwie diese Stelle hier markieren Wo wir jetzt sind Das ist dann so unsere Unsere Keine Ahnung, wo wir mal chillen und so Hast du eine Kiste gemacht? Ja, ne? Ne, ich habe keine Kiste gemacht Scheiße, das ist die Schacke Kacke Das ist very, very schlecht Cool, da habe ich jetzt keinen Bock drauf zu holen Ich gehe auch gleich nochmal raus, weil ich habe gleich auch mein Schwert im Arsch Dort ist Lava Das mache ich glaube ich mal weg Ach hier war es doch auch Ja, das stimmt Ja, das stimmt Ich wette an dieser Lava bist du gestorben, Alter Ja, die habe ich eigentlich eben weggemacht Was ist da unten so krass? Ja, da bin ich gestorben tatsächlich Irgendwo da Und ich habe dir davor noch gesagt, mach die lieber weg Ich habe sie weggemacht, ich habe da so einen Stein hingesetzt Ja, aber guck mal, ich habe da auch gerade einen Stein gesetzt Das dauert ja glaube ich auch voll Jahre bis das mal weg geht Ja, das ist meine Schuld Ich habe es weggemacht Naja, YOLO Wofür wie schön ergibt das in holz da war schon ein problem ich werde auch keinen eisenherz ich glaube es ja ganz viel kohle hat mich ja ganz viel level bekommen und da verpisse ich heraus ich habe wieder 21 eisen plus dass es wir schon an eisen haben ist das viel ich weiß nicht wie viel genau das kostet nur zum färben das ist dafür und ja doch ja noch zum färben 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 wieso fahre ich jetzt runter was soll denn der kack da gibt es hier noch mal drei wieder runter ich wollte ja einfach jedes mal ist man wie es einfach wieder in jeder richtung drei kilometer weiter geht gold kriegt man nicht mit stein weg na was gold weil versuch mal aber ich meine ich ich weiß noch nicht so kommen sie jetzt alle online alter hier ist wieder kohle am start es geht hier wieder nach oben aus irgendeinem grund aber hier komme ich nicht hoch das ist das loch was ich zugemacht habe weil ich dachte ich falle da schon nicht rein ok ah hier ist eisen und sowas nein ich gold da hinten noch nicht ein levy da geht es hier wieder rein ich bin ja ein überlebenskämpfer ich hasse creep einfach über alles creeper sind richtige ruenz das ist ein hörbar mit nach dem weisen bei wem es ist und das hört einen richtig ja dann kriegt man aber angst in den hosen kaktis zeug ich ja er geht hier auch noch mal weiter eigentlich sehe ich jetzt hier unten leiten dass du ist nahe aneinander dran hä wo geht denn über lang kann ich mal bitte aufhören ich baue mich mal ganz kurz zu dir gleich warte hier ist die labe wo ich verrückt bin ok hier ist nichts mehr das kann man noch schnell mitnehmen ich könnte ausrasten irgend so ein Huren hat mich da reingeschlagen ein zombie und jetzt krieg ich nicht mehr in die Höhle dann hab ich keinen bock mehr hat es denn irgendwas ja ich glaube es hört sich eisen oder so aber jetzt bin ich scheißegal ich geh jetzt nicht mehr in die Höhle jetzt bin ich abgefasst hab ich keinen bock mehr kein missrobot mehr was ich stehe ja soweit grad so Steine machen hat reingeschlagen ist doch cool boah Junge nie wieder geh ich in die Höhle rein vergiss das ja ich behalte bei den 54 eisen oder was wir kommen ja länger hin hammerhart oh verpiss dich doch ja ich kann jetzt gleich auch raus also versuche keine ahnung wie ich hier rauskomme ja soll ich Redstone mitnehmen brauchen wir eigentlich nicht kannst mal machen aber kannst ja später brauchen für paar Bausachen weißt du ja ich weiß gar nicht ob das mit Steinen funktioniert ich guck mal nein ich esse einsames Schaf mit Hut mit Hut ja mit Hut ich weiß ja es klappt gar nicht mehr dann habe ich so voll viel viel die Spitzehacke schon wieder kaputt gemacht ja ist doch nicht ja klar ok dann schalte ich jetzt mal auf alles egal was ich sehe auch wenn ich die Höhle sehe was er sowieso auch nicht weg machen kann ok die Sonne geht wieder auf ne 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 leck mich doch am zöcker die alter jetzt guck ich mal für irgendwas gespawnt ist fuck jetzt hab ich gar kein Schwert mehr fick dich doch einfach Spastier das Lava da graue ich mich jetzt nicht ein scheiße auf Diamanten die kann ich ja wie gesagt sowieso noch nicht weg machen ne ja genau ich muss ja da wieder hoch wo ich mich so runter ich mach's nur im Feld mal ne weil ich mach meine ganze Sache weg jo jetzt hab ich gar kein Schwert mehr ne muss ich die alleine mit einer Schippe oder so zusammenschlagen ich hab auch gleich keine Spitzhacke mehr beste Voraussetzung in der PWA nein 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 hier ist das nicht jetzt muss ich erstmal den Ausgang finden alter nein nein wir werden aber wir müssen dann können wir auch zwei Felder anbauen ich glaub wir werden mehr also wir werden so krass viele Samen haben dann können wir einfach ein ganzes Feld äh für dieses Zeug hier und dann nur halt eben ein allgemein großes so für keine Ahnung ey nein nein was kommst du jetzt auf was was willst du jetzt hab dir nichts getan ja ok ich dachte das ist ja jetzt schon meiner aber ach ne das sind die das sind Slimes aber hier ist ein Creeper aber wieso erreiche ich den denn nicht hä wenn das Slimespawn alter dann musst du ja irgendein großes Feld sein die brauchen eigentlich irgendwie so ein 50x50 großes Feld zum spawnen ich glaub das ist ja auch aber das ist alles Lava Junge ich wette hier sind Diamanten ich dachte das werden die ganz kurz nein muss nicht sein die jemanden sind meistens äh oh ich hab ne Idee dass wir es uns viel einfacher machen könnten Sachen zu finden diese eine Taktik davon was ist das mein Freund erklärt das ist nur so nebel ich dachte das wäre jetzt so ein Ghost oder so Sachen äh so eine Taktik die mein Freund erklärt hat also finden wir ganz schnell Sachen ja aber erstmal will ich hier rausfinden ja und das ist auch viel sicherer als irgendeine scheiß Höhle rein zu kacken vor allem ich wäre jetzt fast da reingefallen ich wette du kommst da nicht raus das ist ein guter sonst versuche ich mich irgendwie hoch graben was dann 3 Millionen Jahre dauert weil ich ja keine Spitzhacke gleich mehr hab Hörme hart so ok weil ich ja eh keine Sachen dann kann ich ja die ganzen Sachen nehmen ich hab ja eh keine Items mehr da ist natürlich wieder ein Creeper ist ja klar kommt er direkt an alter krass aus die Frage ist soll ich die Kiste hier hinstellen das ist einfach so lass das so ne Gammelkiste machen ok einfach hier hinstellen ich kann einfach sofort diese Gammel Sachen die man braucht das ist die Frage soll ich äh das mach ich aus dem Eiherz im Holz möchte ich natürlich ein paar Schwerter und so ne Kacken aber danach können wir dann die Dingens Taktik machen die Taktik damit wir uns schnell Sachen finden warum ist hier ne Spinne drin boah ich bin hier jetzt schon überall 3 Millionen Mal gewesen außer da wo ich eigentlich hin will schweiß Kackspinner schweiß Kackspinner ist das nicht hier kackspinner Wir machen einfach einen Cut. Haut rein. Tschüss.